der tod des kleinbürgers von franz werfel die wohnung besteht aus zimmer küche kabinett im vierten stock eines hauses der josefstädter straße dicht am gürtel das ehepaar fiala schläft im kabinett klarer frau fialas schwester hat einen strohsack in der küche in der allerdings kein raum mehr für ein zweites lager wäre und franz darf sich im zimmer auf dem wachstuch so verbetten dieses zimmer geht nicht auf die straße hinaus sondern auf einen größeren lichthof aber wenn der licht spendende hof seinem namen auch keine ehre macht so behaupten geduldige anwohner doch dass in seiner sagenhaften tiefe ein akazienbaum sein fortkommen finde und die wohnräume zwar finster aber dafür ruhig sein heute übrigens der frischer winter die straßen füllt hat die sonne hierher einen vorstoß unternommen und ein paar fiebrische flecken lichts an die wand des zimmers geworfen im augenblick daher fiala es betritt der mieter mustert seinen raum nicht unbefriedigt anderen geht es schlechter wie viele liegen auf der straße und herrschaften die unendlich höher gestanden haben als er offiziale und majore was da geschehen ist in diesen jahren wer kann das verstehen stillhalten muss man das ist das einzige und ein glück ist es wenn einer mit 64 noch einen posten hat es ist zwar nur eine halbtagsarbeit aber die firma baut täglich ihre angestellten ab gott ist gnädig und der lohn eines magazinaufseher zu klein zum abbauen alles geht ja ganz gut ein 64 und eine 62 jährige haben nicht viel hunger die klarer das luder verköstigt sich in den häusern wo sie bedient bleibt nur das unglück mit dem franz der gedanken ablauf herrn fialas täglich und nächtlich der gleiche ist an sein ende gekommen und nun schickt er sich an zu tun was er immer tut wenn er nach hause und in das zimmer tritt zuerst geht er zu dem ständer mit den pfeifen erfährt mit der hand über die porzellanköpfe niemals hat der pfeife oder etwas anderes geraucht der ständer ist das geschenk eines früheren vorgesetzten der auf diese weise seine wohnung von der ominösen rauch und schmuck garnitur befreien wollte herrn fiala freuds die glasur der pfeifen zu berühren es fühlt sich kostbar und gemütlich an man greift bessere und lang vergessene zeiten mit der streichelnden hand von den ständern weg wendet sich nun der alte und tritt zum tischchen das vor dem fenster steht es ist dem anschein nach ein nähtisch dessen zweckmäßigkeit durch allerlei kühne architekturen getrübt ist so laufen die vier kanten der platte in vier fabeltiere aus seepferdchen oder gotischen wasserspeichern ähnlich auf dem tische liegt aber kein nähzeug sondern eine schreibmappe und daneben eine löschpapier wiege auf diese wiege stützt sich er für alle ein wenig als ginge von dem gebildeten gegenstand ein leises wohlbehagen aus dass ihn stets erquicken möchte die zwei armsessel hingegen am nähtisch beachtet er nicht denn er steht jetzt stolz vor seiner credenz sie hat er nicht hergegeben beim verkauf der anderen möbel er dem hatten vier das vier eingerichtete zimmer besessen von denen sie zwei vermieteten die credenz kann sich sehen lassen mit säulen köpfen türmen steht sie da wie eine festung sie stammt noch aus dem reichen zuckerbäcker hause in kralowitz wo er seine frau hergeholt hat wer diese credenz sein nennt ist nicht verloren wenn er sie verkauft hätte wären wohl zwei millionen kronen zu dem übrigen erlös hinzugekommen aber man will doch ein mensch bleiben ein schönes geld hat ja der verkauf seiner alten wohnung getragen gott sei dank aber wer kann in diesen zeiten dem gelde trauen so dumm war er nicht wie seine dumme frau meint es auf ein sparkassen buch zu legen was seine zwei sparkasse bücheln wert waren das hatte er erleben müssen wenn das letzte verloren ging was würde dann die zukunft sein was würde aus der frau werden was aus dem franzl für marie das versorgungshaus in lines für den boben die anstalt am steinhof was das heißt weiß herr fiala sehr wohl haben die älteren leute nicht immer von den leiden der versorgung gemunkelt so schrecklich soll das leben draußen sein dass die alten menschen aus dem fenster springen nur um ein ende zu machen tag und nacht fahren die leichenwagen hin und her wenn das auch nur dumme geschichten sein mögen so ist und bleibt das versorgungshaus schande seinen eltern die anständige leute waren und etwas gehabt haben will er diese schande nicht antun er war niemals ein bettler und hatte immer zu essen seine familie soll nicht in lines enden hier ist fiala während die knorpligen hände über den bord der kredenz zwischen bei seinem geheimnis angelangt herr schlesinger hat ihm den weg gewiesen herr schlesinger versicherungs agent bei der tutelia ehemaliger landsmann und seit jahren wohnungsnachbar die zufriedene stimmung fialas hängt an dem geheimnis dass er mit schlesinger teilt ein rest von unruhe ist wohl der zufriedenheit beigemischt aber sein kopf ist müd und mürbe das mundwerk schlesingers hingegen rasch und geübt und dann geheimnisse vor weibern bewahren ist das denn eine leichte sache schlesinger hat recht gehabt nur sich nichts dreinreden lassen das dümmste an den weibern ist ihr misstrauen herr fiala reißt sich von der kredenz los um seinen gewohnten zimmerrundgang dort zu beschließen wo sein herz sich am wohlsten fühlt wenn es allein ist ziemlich niedrig hängt die gruppen fotografie von uralten zweigen umgrenzt deren braun gläsernes laub den flügeln riesiger insekten gleicht in goldenen lettern trägt sie den aufdruck herrn karl fiala die beamten der finanzlandesprokuratur wien 1910 diese gabe ist keine gewöhnlichkeit denn in der regel lag es nicht dass die vorgesetzten herren ihr bild einem subalternen zum geschenk gemachten wie oft dürfte es vorgekommen sein dass die beiden missgelaunten hofräte selbst mit geduldig lächelnder nachsicht zu einem ähnlichen zweck ihr antlitz dem fotografen überlassen haben aber an der auszeichnung berauscht sich herr fiale jetzt nicht auch der rechtfertigung die ihm durch diese fotografie zuteil geworden ist weiter nur einen flüchtigeren gedanken als sonst schuld an der vorzeitigen pensionierung ist gewiss der personaldirektor und oberoffizial pech gewesen wer weiß wenn der herr oberoffizial damals sein protektions kind nicht hätte unterbringen wollen mit 50 jahren geht man doch nur gezwungenermaßen in pension und wäre er damals wirklich so krank gewesen würde er dann heute noch leben hätte der arzt dem er auf schlesingers geheiß sich gestern vorstellen musste trotz findigster auskultation in sonst für gesund erklärt nun gott weiß ob herr pech der böse mensch samt seinen protektions kind nicht tiefer gestürzt ist als er diese dinge aber beschweren im augenblick den betrachter der fotografischen abschiedsgabe wenig er ist leidenschaftlich ins anschauen der person vertieft die zwischen den beiden mageren hofräten da sitzt üppig und pomphaft diese person hat als einzige auf dem ganzen bilde den kopf bedeckt und zwar mit einem großen silber betressten dreispitz die person trägt ferne einen dicken und verschnürten pelz am leib der ihr ansehen verdoppelt und verdreifacht die manschetten des pelzes sind gold gebortet wie bei einem general zu alledem halten die dick beschulten hände der person einen langen schwarzen stab der mit einer silberkugel gekrönt ist im ganzen wird die person wie ein stattlicheres ebenbild einer anderen und allerhöchsten person die in jenen streng geregelten zeiten das reich regiert hatte und dieser mann sollte damals ein kranker gewesen sein er der ruhig und gemessen aus seiner portierloge trat um wachsam fast das ganze torbild des amtsgebäudes zu füllen er zu dessen einsamer höhe die vorbei wanderten schulkinder nur scheu empor blickten er der sich schon in seiner kraft und herrlichkeit leicht verletzt fühlte wenn er in ausübung seines dienstes von den parteien nach stiege und stockwerk und büro gefragt wurde er der seine auskünfte nur mit eisig gedämpfter stimme gab nachdem er vorher dem frage ein schmerzlich nachsichtiges ohr geneigt hatte herr fiala sagt den nachhalt dieser majestät ein er denkt nicht daran den alten abgeschabten menschen der vor dem bilde steht in beziehung zu setzen zur breiten prachtgestalt von einst die prachtgestalt und der magazin aufseher heute der im geflickten kittel von anodat zumal schlottert das ist zweierlei menschheit nur dass diese beiden wesen dieselbe bart tracht noch tragen aber wer dürfte den weit ausgezogenen selbstbewussten kaiserbart des uniformierten vergleichen mit den demütigen bürstenbüscheln rechts und links die heute dünn und grau von den backen hängen fiala selbst tut es am allerwenigsten er schaut nur und schaut das bild ist ein altar kraft und freude strömt es aus darum auch schämt er sich und hat immer angst in seiner versunkenheit betreten zu werden auch heute und jetzt dreht er sich furchtsam um ob die tür zur küche nicht plötzlich aufgehen und nun erst gewahrt er dass eine festliche veränderung in seinem zimmer vorgegangen ist denn der tisch vor dem wachstuch sofa ist gedeckt mit einem feinen roten kaffeetuch gedeckt servietten liegen sogar auf und die schönen tassen sind hervorgeholt die der schwiegermutter gehört haben der zuckerbäckerin in kralowitz wo die weiber das zeug nur immer versteckt haben solch eine frage etwa will in fiala entstehen aber er kommt nicht dazu sondern eine wolke angenehmen gefühls rötlich fast wie das kaffeetuch umnebelt ihn so war es ja immer gewesen sonntags ehe der krieg kam was ist denn geschehen diese tassen diese servietten dieses tischtuch das ist ja die auferstehung des mannes auf der gruppen fotografie in all seiner pelz verbrämten kraft herr fiala noch immer fassungslos und rosig umwölkt gibt sich ungläubig dem traum hin das geheimnis der pakt durch schlesinger getätigt durch ärztlichen machtspruch besiegelt steigert die freundlichkeit des augenblicks so kann man doch noch auf ein anständiges ende hoffen dies und jenes ist da feine tischwäsche darunter in ihrer sauberen faltung ruht aufbewahrt die alte zeit da man groß und gesund in einem tor stand da alles umsonst war und kein mensch entbehrungen kannte mit gottes hilfe wird alles wieder so werden wie es gewesen ist das versorgungshaus wirft keinen schatten mehr über den weg und auch der franz wird immer so viel besitzen dass er nicht in einer anstalt muss in seiner wohligen geistesabwesenheit steht herr fiala noch immer da als seine frau mit dem kaffeebrett sich durch die tür müht erstaunt dieses brett an denn es trägt nicht nur zwei niemals in gebrauch befindliche kannen für kaffee und milch sondern auch einen aufsatz mit künstlichen bäckereien spanischen wind nusskipferl kolatschen und schnitten hierin ist frau fiala die zuckerbäckers tochter meisterin aber für wen hat sie diesmal ihre kunst aufgeboten sonst beckt sie doch nur wenn sie sich bei den reichen damen die sie kennt und die ihr hier und da wohltaten erweisen bedanken will ganz verlegen ist frau fiala jetzt da sie doch auch etwas sagen muss und er die feierliche jause auf diese sich den ganzen tag gefreut hat selbst ganz merkwürdig vorkommt noch karl weiß dein namenstag ist aber plötzlich scheint er die begründung nicht mehr stichhaltig genug zu sein denn sie schüttelt über sich selber den kopf es war ihr der einfall und die lust ganz plötzlich gekommen die gute wäsche besitzt sie ja noch und der mann plagt sich kommt immer traurig nach hause nie geht er aus nie verlangt er etwas er raucht nicht er trinkt nicht das war ja alles nahe gegangen heute vormittag der mensch muss doch auch einmal seine freude haben selbst wenn er alt ist vielleicht aber was nicht nur dieser gedanke vielleicht hat auch sie einen blick auf die gruppen fotografie geworfen und dass ihre dabei empfunden herr fiala hat sich noch immer nicht erholt er blinzelt wie aus dem schlaf seine frau an was ist das für eine schwarze seidenbluse mit jett knöpfen die stammt auch noch aus jener zeit und ihr falsches gebiss hat die frau im munde was doch sonst nicht vorkommt da es ihr mittlerweile zu groß geworden ist herr fiala sieht die seinige im längst vergessenen staat er hört dass sein namenstag heute gefeiert wird zehntausend karle gibt's und alle karle feiern den tag das erfüllt ihn mit wohltuenden stolz denn wenn andere karle feiern darf auch er noch feiern das geheimnis fällt ihm ein und verwandelt sich sogleich in eine verschollene polka ungeschickt geht er dem alten takt nach den er in sich verspürt und berührt die ärmliche hüfte und schulter der frau zu einem kuss reicht's nicht mehr sie sitzen nun am tisch und genießen auf dem café schwimmt eine dicke haut mit einer kleinen hemmung des zugriffs werden jeder tasse zwei stückchen zucker geopfert auch das zimmer spielt für einen augenblick die idylle des behagens mit es mildert die hohläugige krankheit des lichts und lügt die armut um zu einer behäbigen dumpfigkeit als würde es vorübergehend anerkennen dass karl fiala und der ehemalige pelz vermummte türhüter der kk finanzlandesprokuratur ein und dieselbe person seien solange keines von beiden etwas spricht dauert diese verwandlung an aber leider lässt sich herr fiala zu einer aufrichtigen bemerkung hinreißen die dem alltag sofort eine tür öffnet gott sei dank dass die klarer nicht zu hause ist frau fiala hat zwar vor ihrer schwester furcht und solange das wort nicht ausgesprochen war hat auch sie sich des allein seins mit ihrem alten gefreut aber jetzt ist sie leider in die ewige verteidigungsstellung getränkt denn klarer bitte das streitobjekt zwischen den gatten auch herr fiala hat angst vor seiner schwägerin in der nacht liegt er oft da und fehlt ein grauen vor dem weib nebenan in der küche hat sie nicht zweimal mit dem besen gegen ihn ausgeholt und wenn er einmal alt und schwach sein wird sie würde zuschlagen erbarmungslos er kann die vorstellung nicht loswerden dass sie ihn wütend mit dem besen stil gerade ins rechte auge trifft er fühlt genau wie das auge anschwillt und brennt während seine gute daneben ihre altbekannten bilderungs gründe erschöpft das klare eine enttäuschte sei dass sie dieses bedienerinnen leben heruntergebracht habe das alte jungfern bis guren werden und dass ich schließlich ein gutes herz und noch bessere arbeitsarme besitze herr fiala lenkt von dem unerquicklichen schicksal ab gegen dass sich nichts mehr tun wird lassen wo ist franzl um holz ist er da läutet es an der wohnungstür es ist der schlesinger der versicherungsagent öfters kommt er auf einen plausch zu fialas denn erstens ist er auch ein kralowitze und zweitens wohnt er auf dem gleichen gang er bleibt in der tür stehen und schnallt mehrmals mit der zunge er seine frage stellt mehr an sich selbst als an die alten leute was tut sich fiala ist erregt über den besuch seine etwas starren blauen augen blicken verlegen den agenten an der herr über sein eigenwilliges geheimnis ist frau fiala kann hingegen den hausfrauen stolz nicht unterdrücken einem kenner und besseren menschen servietten feines geschirr und edle bäckerei vorsätzen zu dürfen sie bringt eine neue tasse sie schenkt kaffee ein sie weiß den platz an wie sich gehört aber ehe schlesinger sich hinsetzt gestikuliert er vielsagend mit dem ausdrucksreichen kopf da sieht man wo das geld wohnt auch er ist schon 50 hat eine spiegel glatte klatze und einen ganz kleinen und der oberlippe grau klemten schnurrbart er lässt sich nicht gehen und hält sich proper befriedigt mustert er das gebotene auch zeigt er sich im bilde über die herkunft frau vier las der name der zuckerbäcker familie will werker ist ihm geläufig doch geht die achtung vor diesem namen nur so weit dass er das stichwort abgeben darf für einen anderen den seinen nämlich das thema liegt ihm man spürt an der fast wehleitig stellten frage die firma markus schlesinger kralowitz ringplatz haben sie gekannt frau fiala bejaht lebhaft wirkwahn schnittwahn tuchwahn delikatessen südfrüchte lebensmittel tabaktraffik ein warenhaus schon damals ich bitte ohne meinen seligen vater wäre ganz kralowitz und umgebung erschossen gewesen was habe ich recht der alte blickt entzückt in ihre vergangenheit war mein vater der angesehenste kaufmann am platz oder nicht sagen sich selbst frau fiala frau fiala hat niemals eine andere meinung gehabt schlesinger aber senkt seine stimme zu einer weichen und bitteren melodie und jetzt frag ich sie frau fiala ist mein vater nicht ein schleemil gewesen dass er das große unternehmen verkauft hat nach wien hat er müssen übersiedeln und das kapital an der börse verspielen herr fiala hätte etwas einschlägiges zu bemerken auch für ihn wäre es vielleicht besser gewesen niemals den heimatort zu verlassen aber schlesinger winkt ihm ab er lässt sich in der aufzeigung seiner tragödie nicht stören vor meiner großen auslage könnte ich jetzt stehen am ringplatz vier spiegelscheiben und dahinter alles prima arrangiert stehen könnte ich und auf den platz schauen wenn der kunde kommt bräuchte ich mich nicht zu rühren dazu ist das personal da schön schaue ich jetzt auf den platz hinaus weil mein seliger vater ein schleemil war bin ich ein schnorrer schlesinger beißt verzweifelt mit seinen breit auseinanderstehenden schneidezähnen die spitze einer kuba ab ein beruf den ich da hab immer bei der kunde einbrechen und die kunde ist hart wie müllers esel die menschen glauben der tod ist ein schwindel warum sollen sie das leben versichern lassen recht haben sie schickt einen erstaunten blick aus das veranlasst herrn schlesinger seinen geschäftlichen zweifel gut zu machen indem er jovial lächelnd ausruft ja unser herr fiala da der hat es mit mir getroffen da dieser ausruf aber nicht recht verständlich ist fügt er nach seiner art unvermittelt und ächzend hinzu fotograf wäre ich lieber geworden niemand fragt warum der seufzende lieber fotograf geworden wäre er lässt sich auch auf keine weitere erklärung ein sondern erhebt sich von seinem stuhl und redet während er in dem kleinen raum hin und her geht unruhig an den dingen rückt oder mit dem ärmel drüber wischt wie viel stiegen glauben sie steig ich am tag wenn ich um acht uhr ins kaffeehaus kommen bin ich kaputt so kaputt dass ich keine karte mehr anrühren kann dabei sollten sie die provision kennen die ich zu beanspruchen habe früher war das alles keine last aber jetzt manchmal kann ich den linken arm vor schmerzen nicht mehr schleppen und bei jedem zehnten schritt muss ich stehen bleiben weil ich nicht mehr jappen kann ein schnurrer bin ich und alt bin ich was will man mehr die fiala widerspricht und rühmt singend die jugendlichkeit schlesingers er aber hält im gehen inne wissen sie was frau fiala ein mann von 50 ist älter als ein mann von 70 mit 50 ich spür's da wird's gefährlich der ihrige der hat den punktus bundes schon überstanden bis 100 sagt es und hält das schnapsglas dass ihm die frau indessen eingeschenkt hat salutierend hoch dann setzt er sich und stöhnt wir juden rauchen zu viel sofort aber korrigiert er pardon ich bin kein jut wenn sie das zur kenntnis nehmen wollen ich habe für die heilige jungfrau optiert schlesinger erschrickt sichtlich über seine worte er wird sehr ernst und duckt sich zusammen aber die fialas haben seinen gefährlichen zynismus gar nicht verstanden sie blinzeln ihn an so murmelt er mit plötzlicher demut zum abschluss ja es ist besser fürs fortkommen dann schweigt er ahnungsvoll vor sich hin fiala ist unruhig denn er hätte noch manche frage an den agenten zu stellen die frau ist aus dem zimmer gegangen aber ihm bleibt zum fragen keine zeit schon ist sie wieder zurückgekehrt schlesingers kralowitzer prallereien haben ihre eigene prall sucht angestachelt man kann unschwer bemerken dass sie in aller stille ihr gebiss wieder abgelegt hat doch bringt sie jetzt eine schwarze holz schachtel mit ihre verschrumpelten finger wühlen eilig ein knäuel von samtbändern seidenresten jetzt schnüren hervor sie klimpern mit schnallen und zerbrochenem glasschmuck aber die hauptschätze und auf dem boden der familien schatulle auch marie fiala ist nicht von der landstraße und hat angedenken an kralowitz und ihre verwandten vorzuweisen und schon muss herr schlesinger eine fotografie entgegennehmen was er mit unverhohlener nachlässigkeit und gemessene ermattung tut fialas mann und frau haben immer das bedürfnis gehabt die feierlichen ach so seltenen momente des lebens im bilde festzuhalten in ihrer existenz erfüllt die fotografische kunst einen hohen sinn er hat sein herzensbild sie hat ihr herzensbild dasselbe welches der vertreter der tutilia jetzt nervös und gleichgültig hin und her fächelt frau fiale erklärt das grab meiner eltern bitte am friedhof von kralowitz in der tat dieses bild in kabinett größe zeigt ein grab monument und selbst der absprecherische sinn schlesingers muss zugeben dass es ein wohlhabendes grab ist ein prächtiger rasen von ernsten und ehrenhaften ketten umzirkt achtungsvoll wiegt er den kopf und meint in seiner unpräzisen art die immer ein dunkel über die worte breitet am zentralfriedhof könnten zuschauen aber das bild zeigt noch mehr es zeigt frau fiala selbst in einem stolz gepufften kleide mit einem federhut von dem ein schleier niederhängt es zeigt sie zwischen der ebenfalls geschmückten und noch hoch busigen klarer und karl der ihr den arm gereicht hat und handschuhe sowie einen steifen hut trägt schlesinger denkt zwar bei sich gusto das tut aber gutmütig eine leichte anerkennung kund plötzlich greift frau fiala auf als würde sie jetzt zum ersten mal den schimpf und spott entdecken den man ihr angetan hat ihre stimme überschlägt sich der laus bub der laus bub und wirklich man kann die schmach nicht übergehen und wegtäuschen auch ein laus bub hat sich zu gleicher stunde auf dem friedhof von kralowitz eingefunden und hinter dem schönen grab mal hervor im rücken der sich verewigenden familie blickte eine höhnische fratze und zunge dem fotografen entgegen nun und in aller ewigkeit wie das schicksal was bleibt an schlesinger anderes übrig als den türkischen gassenbuben auch zu verurteilen und das bild in die hände der besitzerin zurückzulegen diese klappt die schwarze schachtel eilig zusammen denn an der wohnungstüre hat es geklopft keine zeit mehr ist übrig dem besuch das bild der beiden schönen und luftig gekleideten nichten anzubieten die als varietät tänzerinnen große karriere gemacht haben und jetzt nach südamerika engagiert sind großlos ist franzel eingetreten geht mit unbeteiligten blick an dem alten vorbei in die küche wo er die holzlast von seinen schultern auf den boden poltern lässt franzel wird der lange trübe mensch genannt der seine 32 zählt frau fiale behauptet dass die fräsen an allem schuld sein denn franzel ist epileptiker hat häufig anfälle vergisst was man ihm aufträgt und ist daher in keinem beruf brauchbar wenn er auch tagelang herumstreift um eine arbeit zu finden derartiger geschöpfe entledigt man sich zu allgemeinem vorteil indem man sie den dazu bestimmten gemeinnützigen anstalten anvertraut es muss gesagt werden dass franzels mutter des öfteren schon willens war für ihr kind die öffentlichen wohlfahrtseinrichtungen in anspruch zu nehmen sie hätte gehört so erklärte sie bei solchen anwandlung ihrem mann das jetzt nachdem die roten stadtväter das regiment über den steinhof führen das essen ausgezeichnet sei besser als der bub es zu hause bei ihr haben könne aber da versteht herr fiale keinen spaß da kann er der sanftmütige und geduckte zurückfinden in die grobe rolle von ehemals hier bleiben wird der franzel solange er selber noch atem hat wird er für den buben sorgen und wer weiß auch noch länger inzwischen bietet frau fiala ihrem sohne von den speisen an wisst was haben franzel kaffee oder bäckerei franzel aber sieht die alte nur an stumm mit einem toten blick was wollte er sagen habe ich mir das verdient dann setzt er sich in die küche auf eine kiste und start wie alle tage in das werden der dämmerung zugleich mit der dämmerung überschleicht frau fiala angst jetzt wird die klare nach hause kommen sie huscht mit dem geschirr in die küche wo sie tassen und kannen umsichtig versteckt mit gejagten händen faltet sie die feine wäsche zusammen und trägt sie ins kabinett auch herrn schlesinger wandelt ungemütlichkeit an die erscheinung franzels beraubt ihn immer alles oder er kann kein leid sehen er ist persönlich gekränkt wenn in seiner gegenwart tod und krankheit sich vordrängen schließlich ist es sein beruf die menschen vor diesen schäden der natur zu versichern schnell bedankt und verabschiedet er sich von herrn fiala der aber folgt ihm gierig auf den hausflur nach dort kann er beruhigt nun seine fragen stellen denn er behält die übersicht der treppe auf der klarer kommen wird mit der regter hand tastet er die assekuranz police aus der brieftasche als dann ist es gut so und in ordnung herr schlesinger der agent setzt für alle fälle einen ausgedienten zwicker auf und wechselt aus dem persönlichen in den geschäftston hinüber der das werkzeug ist mittels dessen er alltäglich bei der kunde einbricht lieber herr fiala versicherungstechnisch gesprochen haben sie einen haupttreffer gemacht der alte hängt an dem geschwinden und wortbegabten munde er bekommt zuerst ein paar gewiegte versicherungstechnische wissenschaftlichkeiten zu hören dann packt ihnen schlesinger beim knopf sie haben sich ein paar mistige millionen zusammengekehrt millionen ist gut nicht einmal heller wert hat das klumpert wenn sie zu mir gekommen wären und hätten gefragt schlesinger soll ich das geld aufessen was glauben sie hätte ich ihnen gesagt vier las trüblaue augen erwarten gespannt die antwort die er auf solche frage bekommen hätte ich hätte ihnen gesagt essen sie das geld auf denn was wollen sie damit anfangen auf eine bank legen den bettel fett werden sie schon von den zinsen geworden aber mein lieber alle banken gehen heute zugrund das ist eine zeit wo die größten menschen gottes ihre zahlungen einstellen also erstens hätten sie nichts von dem gelde gehabt und zweitens wären sie darum gekommen herr fiala ist von dieser beweisführung restlos ergriffen erblickt mit großer zustimmung drein nur aus freundschaft habe ich mich für sie interessiert fiala denn an ihnen verdiene ich nichts gott behüte schämen müsste ich mich also sie sind ein rüstiger mensch in den besten jahren sie haben nichts wie man sagt aber sie können davon leben ganz gut leben man sieht heute und morgen werden sie sich und ihre familie ernähren also wozu wollen sie ihr armseliges gerstel aufessen und es auf schlechte zinsen verlieren jetzt geht alles gut aber mein lieber wenn sie einmal nicht mehr kriechen können und wenn es noch schlimmer kommt der alte mann fühlte sich im tiefsten durchschaut er beginnt leidenschaftlich zu schlesingers worten zu nicken was dann herr fiala ja für das was dann habe ich schon gesorgt dann geschieht das wunder sie haben ihren bettel nicht aufgegessen und nicht bei einer bank oder sparkasse verloren sie haben eine mäßige soma prämie angelegt die total ja ist da und gibt ihren angehörigen nicht 10 und 20 prozent zinsen sondern 200 500 1000 prozent ein kapital gibt sie zurück für ihren bettel fialas verklärung ist vollkommen das dokument in seinen händen vibriert mit mühsamer zunge will er noch die letzten erkundigungen einziehen und wann wird dann das geld ausgezahlt sachlich indem er den finger nest beginnt schlesinger in dem pack zu blättern da muss es stehen hier und verpflichten wir uns wenn das ableben nach vollendeten 65 lebensjahr erfolgt schlesinger blickt begeistert von dem platte auf er lacht 64 sind sie alt 100 jahr werden sie werden und nach vollendeten 65 erfolgt schon die auszahlung einjährige lauffrist ist effektiv hoch anständig überhaupt kulante abschlüsse sie können mir glauben macht heute nur die tutelia die windung der stiege wandert ein scharrender schritt empor hastig steckt fiala den kontrakt ein und verschwindet in seiner wohnung herr schlesinger zieht ächzend den schlüssel zur seinigen aus der tasche das erste was klarer tut wenn sie nach hause kommt ist schuhe und strümpfe auszuziehen sie geht daheim um schuhwerk zu schonen grundsätzlich nur barfuß ihre füße sind verbeult und schreckenerregend keine andere stiefelnummer taugt für diese füße als die des unförmigen zahnarztes bei dem sie dient klarer darf auch immer die abgetragenen stiefel des kolossalen mannes erben ihr busen auf den nicht nur sie sondern auch die ältere schwester einst so stolz waren ist längst dahin geschwunden und hat die haare ihres hauptes zum größten teil mitgenommen klarer legt ihr schmutziges kopftuch das am halse schief zusammengeknotet ist niemals ab unter diesem kopftuch spielt eine lange knorrige physiognomie alle farben und minen niemand kann so freundlich scheinheilig blinzeln wie sie wenn ihre herrschaften sie dabei überraschen wie gerade eine näscherei des tafelaufsatzes in ihrem mund verschwindet wenn in einem der häuser ihre bedienung eine geldnote oder ein schmuckstück in verlust geraten ist macht sich niemand leidenschaftlicher ja verzweifelte auf die suche als klarer doch auch niemand hat tückischere wutausbrüche klarer ist aus der art geschlagen sie hegt in ihrem herzen keine großen lebensaugenblicke und deren fotografien sie kennt keine sehnsucht nach feiner wäsche und besseren sachen wie großer holzkoffer über dessen schätze sie dann und wann andeutungen macht ist seit jahrzehnten nicht ausgepackt worden sie täte nie was ihre schwester marie heute getan hat in einer heimlichen schönheitsanwandlung dem armen manne den jausentisch seines namens tages decken hingegen ahnt jetzt klarer etwas außergewöhnliches und schnuppert und blinzelt was hast heute gekocht kaffee frau fiala ist zu tode erschrocken und ganz kleinlaut aber klarinka tee habe ich gekocht dünnen tee wie immer die unsichere antwort ruft klarer gefährlichen zorn wach sie presst die lippen zusammen und beginnt die küche ihren gemütszustand fühlen zu lassen mit lautem knall feuert sie dies und das in die ecken auf den herd rückt sie die töpfe so als wolle sie ihren anteil von dem der familie wütend separieren die schwester lebt nicht mehr für sie endlich knotet sie das bündel auf dass sie mitgebracht hat dinge kommen zum vorschein namenlose wie sie sonst nur auf abfallsorten zu finden sind zwei vertrocknete äpfel porzellanscherben ein paar leere sardinenbüchsen kerzenreste zigarettenschachteln bindfaden und als hauptstück ein altes schadhaftes herrenhemd mit wildem ruck schichtet klarer die beute in ihrem winkel auf dem bei lebensgefahr niemand nahe kommen darf um sich einzuschmeicheln und ihre bewunderung erkennen zu lassen fragt frau fiala nach der herkunft dieser schätze die alte jungfer fährt scharf herum gestohlen hab ich's was eine diebin bin ich eine diebin nennst du mich eine diebin wenn ich geschenke bekomme ihr mund verzerrt sich augen nase röten und nässen sich in kurzen stößen bricht geheul aus und während sie tränen und schnupfen zurückschnaubt hebt ihre klage an unter böse menschen sei sie geraten lange werde sie es nicht mehr aushalten es werde sich auch anderswo ein schlafplatz finden keine diebin sei sie aber von dieben allerorts umgeben mit verschwendern und durchbringern müsse sie leben die heimlich kaffee kochen und google hupf backen der ihr vorenthalten dem juden aber angeboten werde diese verschwender hätten keine ahnung mehr vom leben nichts gelernt haben die durchbringer in diesen jahren dumme leute dumme verschwender wissen nicht was die sachen wert sind wenn sie ihre geschenke nach hause bringt lachen sie die dummen leute aus das hat sie davon weil sie sparsam ist und die preise kennt frau fiala die schon weiß dass jetzt nichts zu wollen ist schleicht sanftmütig ins kabinett kaum weiß ich klarer allein so stürzt sie sich auf die verstecke wo sie die verschleppten süßigkeiten mutmaßt beim ersten zugriff sind sie entdeckt drei bäckereien nimmt sie vom teller eine lässt sie übrig ihren raub aber versteckt sie in einer der vielen sardinenbüchsen die ihren eigentumswinkel ziehen dort wird auch dieses gebäck vermodern wie so vieles andere damit aber niemand auch nur einen zweifelhaften blick gegen sie unternehme beschließt sie ihre diktatur heute furchtbarer auszuüben denn je zu diesem zwecke schlägt sie einen neuen lärm man habe ihren koffer erbrochen nach einer weile schrillen geschreis hat frau fiala flände zwar beruhigt aber nicht überzeugt ihr koffer ist und bleibt von frechen händen entheiligt jeder blinde sieht es deutlich an den stricken mit denen er verschnürt ist die weil sitzt herr fiala im finsteren zimmer licht wird nicht gemacht licht gibt es nur zum imbiss und beim schlafen gehen wozu braucht er auch licht jetzt die rosa glückswolke schwebt immer noch um sein haupt so zärtlich hüllt sie ihn ein dass er klares altgewohntes keifen gar nicht mehr hört wer einer lebensgefahr entgangen ist wer eine schwere mühsal überwunden hat muss ähnliches empfinden denn fiala fühlt sich durch das schriftstück in seiner tasche wahrhaft gerettet keine grausame zukunft droht mehr kein tückischer zufall lauert in jedem haustor mag ruhig die leinzer elektrische nun des weges fahren der anblick ihres schaffners und motorführers wird ihn nicht mehr bis ins herz erschrecken geborgenheit nach so vielen entsetzlichen jahren geborgenheit mit wollestiger schwerkraft zieht sie ihn auf den armstuhl nieder der beim nähtisch steht die menschen wenn man es bedenkt selbst aus dem tode holen sie ihren gewinn in diesem augenblick geht durch fialas kopf ein staunen und fast so etwas wie hochachtung vor menschlichem fortschritt franzl wird nicht auf der straße liegen franzl wird nicht in den steinhof gesperrt werden dies ist ja die hauptsache bleibt sonst noch etwas zu wünschen nichts oder eine kleine kleinigkeit aber eine süße kleinigkeit die gruppenfotografie an der wand ist erloschen fiala kann sich nicht mehr sehen in seinem einstigen pomp und auch die dürftigen hofräte nicht zwischen denen seine herrlichkeit thront aber einen anderen sieht er jetzt ganz deutlich ihn der ihn einst um die stellung gebracht seinen einzigen feind den inbegriff aller erzfeindschaft ihn den personaldirektor und oberoffizial ihn herrn pech möchte herr pech doch zeuge sein dass ein anständiger mensch dem unrecht geschehen ist der mit 60 jahren krieg und hunger überleben musste dennoch anständig seinen weg zu ende gehen kann gewiss ist der oberoffizial längst schon ein bewohner von lines noch mächtiger als er hofräte und majore gehen dem winter ohne überzieher plass und scheu in die häuser betteln herr fiala möchte mit marie und franzl durch den garten des versorgungshauses wandeln an herrn pech der elend auf einer bank hockt ganz langsam vorüberwandeln und auf sich und die seinen zeigen sehen sie so beglückend die fantasie ist auch dieser traum wird unterbrochen von dem skandal das sich jetzt draußen auf dem hausflur erhebt klarer spielt ihren letzten trumpf aus die gixende stimme der bösen sieben beschuldigt die miets parteien desselben gang es sie beraubt zu haben wie in alten häusern so oft müssen sich mehrere mieter die benutzung eines notwendigen ortes teilen der außerhalb der wohnungen den gang abschließt klarer behauptet dass sie gerade an diesem ort ein versteck ausfindig gemacht habe wo sie die schachtel immer verberge die nun geraubt sei kein plätzchen des hauses wäre vor die bischen händen sicher darum hatte sie jenen raum gerade gewählt viele stimmen lachen und schreien zu klarers diskant ein ordnungsstiftender bass erkundigt sich milde was für präziosen die so eigenartig deponierte und nunmehr entwendete schachtel denn enthalte klarer schreit vor kriegsspagat daraufhin löst sich der gefährliche skandal in eine wilde heiterkeit auf frau fiala schlüpft ins zimmer zu ihrem gatten sie selbst erträgt willig jede unbild durch klarer aber wenn der krach auf den gang und unter die leute getragen wird da schämt sie sich der schwester da möchte sie sich verkriechen sie erwartet jetzt dass auch der mann sie wegen der schwägerin anjammern werde sie ist sogar gewillt in seinen jammer einzustimmen den streit zu lassen und ihm endgültig recht zu geben aber was ist mit fiala er jammert nicht er tröstet sie mit wegwerfen der geste sagt er lass sie gehen er erhebt sich er steht stramm und feierlich da wie ein junger mensch wie der türhüter bei der finanzlandes prokuratur vor zeiten er entfaltet in der finsternis ein papier als ob er ihr etwas vorlesen wolle dann nimmt er ihre alte hand und dem schweigsamen fließen die worte von den lippen wenn es auch nur die worte schlesingers sind alles erklärt er nun der frau das geheimnis und das wunder der versicherung gerettet sind sie beide für ewige zeit nach seinem tode wird marie ein vermögen ausbezahlt bekommen ein kapital 200 500 1000 prozent von dem mistigen erlös aus der alten wohnung und den überflüssigen möbeln es ist dies wahrhaft ein fest und namenstag nicht ohne tiefere ahnung hat marie das rote kaffee tuch aufgebreitet jetzt aber weint sie sie weint auch bei minder großen gelegenheiten solche freudentränen aber sind selten mein mann schluchzt sie doch schon nach einer weile tut klar schwester eine naheliegende frage und wann wird das geld ausbezahlt gut nur dass es jetzt finster ist fiale aber findet die neugier der seinigen selbstverständlich er deklamiert wenn das ableben nach vollendeten 65 lebensjahr erfolgt und mit dem ganzen selbstgefühl eines machthabenden erblassers befiehlt er der franzl hörst der bleibt hier der franzl kommt nicht aus dem haus der franzl ist dem geschrei seiner tante entflohen er steht vor dem haustor und sieht dumpf auf die straße und auf die stadt die abgeschabt und geschunden von langem leid schlecht beleuchtet der frischen nacht sich anheim gibt unfreundlich und scharf klingen die elektrischen die wagen die nach dem inneren wien fahren sind leer die zurückkehrenden dicht besetzt franzl ist müde den ganzen tag hat er sich vor auskunftsorten für arbeitslose und bei stellenvermittlungen herumgetrieben er weiß dass er keine arbeit finden wird dass all sein umherstehen sinnlos ist aber die zeit die lange böse bringt er um damit bei der weiche wo die schienen zum gürtel abbiegen schreit ein wagen hoch auf wie ein gematertes tier da zuckt auch durch franzes schwachsinniges hirn ein wilder krampf fragen urfragen wollen empor entsetzliche aber nicht einmal fragen zu bilden nicht einmal zur frage warum muss ich leben langt die kraft den armen menschen schüttelt sucht zu rennen über den gürtel durch die äußeren bezirke vor die stadt weiter zu rennen immer weiter in die nacht hinaus bis der körper tod zusammenstürzt aber franzl schleicht nummerisch ins haus zurück zu gut kennt er die verfluchte befreiungs sucht die stets einen anfall meldet zeit war vergangen november da nichts hatte sich seit jenem namenstag ereignet dass der aufzeichnung also würdig wäre wie die heimliche und feierliche jause die frau fiala ihrem manne zugedacht allabendlich kehrte klare heim geladen wie immer ihre erfindungsgabe welt und menschen stets von neuem in anklagestand zu versetzen wuchs von mal zu mal am ende aller tage wird sie noch ihre rechnung präsentieren und wer weiß ob man mit ihr fertig werden wird ihre schwester aber hatte sich längst abgefunden und stritt für sie wieder jedermann herr fiala seinerseits stand tag für tag von acht uhr früh bis zwei uhr nachmittags in dem zugigen magazin seiner firma und notierte die abgehenden und remittierten waren ein fleckiges journal wenn er dann heim in sein zimmer kehrte begann er den gewohnten rundgang der bei der gruppenfotografie endete auch franzl hatte die sinnlose stellungssuche noch nicht aufgegeben die immer damit abschloss dass er auf die frage sind sie gesund schwieg kam die dämmerung so saß er unweigerlich in der küche auf seiner kiste nur es schlesinger war eines tages verzogen unbekannt wohin niemand konnte an herrn fiala einer veränderung wahrnehmen keine seiner kontor genossen kein fremder und die bewohner des hauses schon gar nicht nur franzl hatte sein vater ein oder zweimal aufmerksam angesehen es war auch nichts besonderes zu bemerken an ihm es sei denn eine wachsende wortkarkeit manche tage sprach er überhaupt nicht und eine neue art von steifer entschlossenheit die sich in seiner haltung kund gab vielleicht aber hatte franzl seinen grund gehabt den alten ein oder zweimal aufmerksam anzusehen november war es und wie an einem vormittag dieses monats am lande draußen das nächste haus nicht 20 schritt weit durch einen ganz bestimmten grauen nebel undeutlich gemacht und entrückt ist so war auch herrn fialas gesicht durch einen ganz bestimmten grauen nebel undeutlich gemacht und entrückt da geschah es dass eines nachmittags die frauen nicht in der wohnung waren was hatte auch frau maria fiala und fräulein klarer bewerker am allerseelen tage zu hause zu suchen nicht weihnachten nicht ostern nicht frohen leichnam nicht pfingsten bedeuteten kalender feste nach dem herzen der beiden schwestern aller seelen allein war ein freudentag leider besaßen sie in wien kein angehöriges grab es dort draußen auf dem simmeringer plan mit blumen und lichtern zu schmücken so groß auch diese entbehrung war sie hinderte die beiden nicht sich am frühen nachmittag des festes vor den toren des wiener riesenfriedhof es einzufinden schon die fahrt mit der trambahn mutterte anders und aufregender an als sonst ein schaugepränge von grenzen schwankte in allen gelegenheiten des überfüllten wagens von der rückseite nummer und scheinwerfer schön umrahmend prallte ein riesenkranz weißer astern die staunenden fußgänger an von diesem strahlenden toten opfer der reichen bis zu den billigen gewinden aus immergrünen blättern und haltbaren kunstlauf gab es alle erdenklichen abstufungen des blühenden weihgeschenks im innern des zuges selbst qualmte unerträglich der geruch der leichten flora den grabes blumen durften so dick und gellend weil sie von der verwesung angezogen haben die sie laut verbergen wollen aber noch ein anderer geruch presste gegen die ratternden wände und fenster des engen raumes dies war der geruch von schlechten schwarzen stoffen regen durchnässt bei vielen grabbesuchen der geruch von muffigen hüten schleiern maschen trauer sachen die man von einem todesfall zum anderen eingekampfert in dumpfen kästen bewahrt und über all diesen gerüchen der geruch von schnupfen husten halsschmerz und katar marie fiala und klara ließen sich durch nichts in ihrer aufgeregten erwartungsfreude stören jegliches gedränge liebten sie ja massenansammlungen versprachen immer wilde schauspiele und ein riesiges massen schauspiel bot der platz vor dem zentralfriedhof in endlosen zügen klirrten schelten schrien die roten elektrischen wagen heran machten die schleife und klirrten schelten schrien in endlosen zügen entlastet wieder zurück berittene wachleute versuchten die regellose flutung der menge vergebens in kanäle zu leiten hartnäckig und blöde wie ein element das sie ja ist brauste sie immer wieder gegen die verstopften eingänge auch der verkehrsschutzmann den die gemeinde eigens einen turm errichtet hatte konnte nichts anderes tun als durch pathetische signale die ratlosen gefährte verwirren hinter einer barriere stand eine dichte kolonne von sanitätswagen auf dem jahrmarkt der toten bei der gut frequentierten herbstmesse der seelen ging es hoch her und dem und jenem schwachmaticus mochte da ein unfall zu stoßen so dass er das nächste mal sich nicht mehr unter den feiernden fand sondern bei den gefeierten dort unten die schwestern waren dank klares scharfen ellebogen und erbarmungslosen tretern bald durchs tor getrunken sie zwängten sich durch die nobel allee der toten durch die strotzende vorhalle wohl situierter mausoleen traten für einen augenblick in die kirche um sich schnell zu besprengen zu bekreuzen und gott anzuknicksen durchwanderten die parkwege auf krachenden weltklaut und strebten weit hinaus wo der friedhof feldhaft im nebel da lag und die jungen bäume noch nicht viel höher standen als die dicht gestaffelten schwarmlinien der kreuze und grabtafeln dort hofften sie ihre bekanntschaft zu finden andere alte weiber aus böhmen gebürtig denn sie ihre visite machen wollten denn alle kleinen leute hielten heute empfang sie gaben einander den großen verwesung ruht in gestrafft lächelnder gesellschaftshaltung grüße tauschend trat man zu dem geheiligten ort einer befreundeten familie gern und oft viel von seiten des besuches die höfliche bemerkung schön liegt er da und dann senkten alle interessiert und höflich das haupt hinab zu sehen auf das rasen geführt das für sie keinen schauder barg auch kuchen und schinkensemmeln wurden gastfreundlich verteilt und aus gemeinsamer flasche ein rundtrunk angeboten die hausfrau der grabstätte lächelte entzückt als hätte man ihren tisch oder ihre einrichtung gelobt sie strich wohl über das blumenarrangement mit der hand hin zupfte noch leicht an einer masche und rückte die lampen zurecht um dem ganzen die letzte façon zu geben aber alle warteten nur auf die große stunde und bald kam sie die große stunde der nebel wurde kaffeebraun und körperlich dass man ihn hätte kauen können und über der weiten flüsternden fläche tauchten langsam eins fürs andere die schwächlichen lampen und lichte auf unzählige ein geheimnisvolles feuerwerk der tiefe eine zärtlich mystische illumination dicht am boden hinkriechend groben lampen vor dem eingang des bergwerks ehrlichter eitlen erinnerns zuckend im qualm der jahreszeit zu gleicher stunde etwa saß herr fiala zu hause in der küche und trank dünnen tee den diesmal franzel zubereitet hatte fiala hielt die schale auf den knien und prockte langsam träumend ein stück brot in den ungesüßten aufguss sehr lange dauerte diese mahlzeit und weder vater noch sohn sprachen ein wort da erhob sich plötzlich fialas stimme gleich etwas fremden und klang hart entschieden wie ein befehl franzel geh hinüber ins allgemeine krankenhaus springt zum wort aber der bei der verwaltung ist weißt du schon frag ihn ob ein bett frei ist lauf aber dass du gleich zurück bist wie die weiber kommen es kam nie vor dass franzel von seinem vater einen auftrag erhielt nichts verlangte er von dem buben keinen weg und keine handreichung diesmal aber hatte er befohlen kurz und barsch fast aber franzel war gar nicht erstaunt es sah fast so aus als hätte er lang schon diesen oder einen ähnlichen auftrag erwartet es sah aus als würden die befehlsworte des vaters eine dumpfe spannung lösen die zwischen beiden lag dem unausgesprochenen endlich namen geben und das brütende bannen der epileptiker nahm seine kappe ging ohne zu grüßen ohne sich umzusehen fiale aber zündete mit neuartig festen händen eine kerze an durfte er heute so kühn sein und begab sich ins zimmer nebenan diesmal verzichtete er auf den rundgang erhob die kerze nicht zum angestaunten bilder einstiger kraft hoch sondern setzte sich zum sofatisch und zog den kalender den er mitgebracht hatte aus der tasche bedächtig riss er blatt für blatt von dem unberührten block in jeden tag und seine schwarze oder runde nummer umsichtig sich vertiefen als hätten diese fett gedruckten daten was wunder welche ereignisse und bedeutung seinem leben zugetragen so gelangte er allmählich zum novemberfest darauf der gegenwärtige tag lautete jetzt aber da er nichts mehr abzureißen hatte wurden seine hände träger seine augen starten minutenlang auf jeden neuen tag der mit schwarzer oder roter ziffer im kalender anbrach um zu blättern fiel ihm mit jeder seite schwere wie wenn er mit dem fetzen papier die ganze mühe und last der zeit um wenden müsste nicht einfach war es so weiter zögernd den 31 dezember zu erreichen aber erwart erreicht wie ein schweres wanderziel zum schluss namher fiala noch ein paar anfangstage des laufenden jahres und fügte sie unbekannten zwecks dem abreißblock nach jahres ende an viel zeit war damit vergangen und kaum mehr konnte der aufbrechende in eine kleine alte tasche ein paar stücke stopfen als franzel da stand und meldete herr votava fiales bekannter stehe zu diensten sie gingen mit lauten schritten die treppe hinab sie betraten die straße der sohn machte eine wendung zur haltestelle der trambahn hin der vater verschmähte es zu fahren er schlug vielmehr einen gestreckten gang an achtete aber wohl dass er nicht aus dem tempo falle dass er mit gesteiftem rückgrat behauptete jetzt begann er sogar zu reden dieses und jenes wozu die straße aufforderte aber kein wort das zur sache gehörte kein wort von krankheit spital etwaigen folgen und verfügungen selbst ein auftrag an die mutter erübrigte sich auch franzel fragte nichts was an des vaters befinden rühren mochte die unterhaltung drehte sich darum dass die 175er linie heute nur mit zwei anstatt mit drei beiwagen fahren durfte weil er alle überflüssigen waggons auf die zentralfriedhofs strecke geleitet worden sie drehte sich ferner um das aufgerissene pflaster um die abkürzung des weges um das problem ob zur stunde die trafiken offen hielten als die beiden an einer solchen vorüberkam bad fiala franzel möchte ihm die kronenzeitung kaufen und franzel kaufte sie aber der vater hatte nicht gewartet sondern schritt schnell und gleichmäßig vorwärts als hätte er angst oder vermöchte es gar nicht innezuhalten bald waren sie an der eiser straße und durchquerten die höfe der krankenstadt sie fanden herrn botta war in einer kanzlei das war ein ehemaliger kollege aus der finanzlandesprokuratur er prüfte fiala mit zweifelnden blick sie kommen daher wie ein husa und wollen aufgenommen werden mein lieber heutzutage möchten alle leute zur belohnung für einen schnupfen drei wochen lang kost und quartier mit erster diät bei uns haben was fehlt ihnen denn leicht wird's nicht sein noch wir werden sehen kommen sie mit der macht herrn botta was gelang immerhin einiges in der aufnahmekanzlei wurde fialas name in die standesliste eingetragen das aufnahmeblatt sollte ausgefertigt werden der beamte fragte nach geburtsdatum und jahreszahl dabei machte er die missgelaunte bemerkung dass alte menschen tag und jahr ihre geburt meist selber nicht wissen doch da hatte er sich in herrn fiala gründlich getäuscht mit metallener bei ihm ganz ungewohnter stimme machte er seine angaben und wiederholte sie unaufgefordert damit ja kein irrtum unterlaufe geboren am 5 januar 1860 bei kralowitz in böhmen seit 35 jahren wohnhaft in wien jetzt optierte österreichischer staatsbürger katholisch streng sei auf die hand des schreibers am 5 januar nach dieser prozedur wurde der patient in das ärztliche dienstzimmer geführt wo die entscheidung über seine aufnahme fallen sollte der diensthabende arzt war ein ganz junger mensch der sein erstes klinisches jahr abdiente als jüngster sekundar war er wie er es nannte die feiertagswurzen das heißt wenn ein freier tag winkte wollte es immer der zufall dass ich die diensteinteilung ihn aussuchte herr dr burgstaller lag auf dem sofa die tabak gebräunte hand mit der toten zigarette weit von sich gestreckt und schlief in der peinlichen voraussicht während der nacht öfters gestört zu werden war er gerade dabei schlaf zu sammeln fiala trat vorhin hin wie er als soldat vor 30 jahren dem regimentsarzt entgegengetreten war kopf hoch und hände an der hosennaht herrn dr burgstaller verwirrten solche vorfälle unsicher umkreiste er den mann die gelassene ärztliche gleichgültigkeit hatte er noch nicht heraus er sah in fiala einen der alten burschen die seine autorität des öfteren verhöhnten etwaiger nicht achtung zuvorkommt vorher ihn an was gibt es da was wollen sie was haben sie was fehlt ihn fiala murmelte etwas und zeigte auf die brust der doktor befahl ziehen sie sich aus da er aber sogleich erkannte dass diagnosen stellen ein gefährliches wagestück sei wieder rief er bleiben sie angezogen doch etwas medizinisches musste jetzt geschehen burgstaller griff daher nach fialas puls der puls des alten burschen schien wenn der junge mann seine uhr trauen sollte über die maßen beschleunigt er beschloss daher nach einem finsteren blick auf den störer in seiner pflicht fortzufahren und legte fiala ein fieberthermometer unter die achsel während der wartezeit tat er barsche fragen an den patienten die das müßige personal das sich im raum versammelt hatte von seiner überlegenheit und medizinischen kombinationsgabe in kenntnis und respekt setzen sollten gleichmäßig und laut antwortete fiala mit jener steifen entschlossenheit die seit einiger zeit sein wesen angenommen hatte endlich hielt burgstaller des thermometer unter die lampe da wurde sein gesicht auf einmal ganz kindisch aufmerksam mensch sie haben ja 39 3 fieber und jetzt erst beginnt eigentlich unser bericht von einem tod denn wir hätten es nicht gewagt den leser in solch trübe und gleichgültige welt zu führen wenn unser geschehen es nicht seine absonderlichkeit hätte im augenblick darf jala das weiße bett in einem dumpf durchatmeten saale der internen klinik berührte im selben augenblick erst erschienen die schweren krankheiten seines körpers auszubrechen und es waren ihre nicht wenige das bett hatte sie wohl hervorgezogen dieses schmale weiß lackierte metall ding dass kein bett ist und in dem man ruht schläft träumt liebt sondern eine sinnreiche knappe maschine zum krank sein es war nur zu verwundern dass ein mensch mit diesem leiden im leib sich wochenlang aufrecht halten seinem berufe nachgehen und die nahestehenden über den wahren zustand seines lebens so gründlich täuschen konnte es wurden von anfang an mehrere befunde nebeneinander aufgestellt und die schwarze kopftafel zu seinen häupten war mit kreideschrift dicht bekritzelt wie keine andere im saal nachdem frau fiala sich von ihrem ersten schreck erholt hatte fasste sie einen ernsthaften groll gegen ihren gatten weil sie selbst nicht bemerkt hatte dass er so lange schon krank war als ihr irgendjemand unachtsamkeit vorhielt verstärkte sich dieser groll in ihr verschlossen und tückisch war er immer der karl und aussehen tut er als könne er nicht bis drei zählen wer weiß diese männer in ihrem unmut wurde sie von klarer lebhaft unterstützt für diese weiß ausgemacht dass ich hinter bettlägerigkeit fieber hausflucht eine verschlagene absicht verberge ein raffinierter eigennutz ein wohl überlegter plan etwas wertvolles in sicherheit zu bringen wer geht denn so ohne jegliche beratung aus dem hause und legt sich ins spital ein mann dazu der gestern noch wie es leben ausgesehen hat auch frau fiala war der meinung sie könnte ihren mann trotz enge und armut daheim besser pflegen ihr kroll schlug über aufs krankenhaus es war ja ringsherum bekannt dass die ärzte um ihre studenten zu belehren die kranken der öffentlichen kliniken gar nicht gesund machen wollen ganz im gegenteil sie präparieren mit fürsorge die krankheiten im leibe der opfer um sie säuberlich dann den schülern vorführen zu können in der ersten zeit legte fiala und verwandelt seine entschlossene geduld an den tag er sah nicht verfallener aus als er am allerseelentage ausgesehen hatte still und fast angespannt lag er in seinem bette da als wäre die stille eine arbeit der man sich aufmerksam hingeben müsse wenn es notwendig war stand er auf auch zu den mahlzeiten in seinem blauweißen kittel saß er dann am tisch mit den anderen beweglichen und aß langsam mit fester willensanspannung seine portion bis zum letzten löffel auf täglich kam die seinige zur erlaubten zeit er sah sie freundlich und abwesend an täglich brachte sie einen anderen tee einen anderen absurd in ihrer markt tasche diese mit übertriebener ängstlichkeit an den wertern vorbei ins zimmer paschte auch diese tränke zaubermittel in den hexenküchen der vorstätte gebraut lehrte fiala gehorsam manchmal kam klarer mit aber sie begnügte sich nicht am bette des schwagers trübsal zu blasen sondern scheinheilig süß begann sie den kopf hin und her zu drehen den sitz erregt zu lüften bis es sie nicht mehr hielt und sie sich erhob bei anderen kranken zu hospitieren auf zehenspitzen falscher sachlichkeit trat sie näher und in ihren minen lag das lächeln bitteren mehrwissens und gründlichen durchschaut haben der dinge dass all die ausgebeuteten ringsrum zu gemeinsamer verschwörung einlud und sehr bald war sie über eine menge schändlicher vorfälle in kenntnis und klarheit sie hatte gesehen dass die werte das beste vom nachmittags kaffee weg tranken und den rest mit wasser verpannten sie hatte andere werte beobachtet die untereinander den krankenkuchen teilten den oberwärter hatte sie betreten wie er einen patienten schlug und im nächsten augenblick eine hübsche schwester auf dem gang ab knutschte ich will nichts sagen ich habe nichts gesehen gar nichts was geht es mich an so pflegte die spionin zu versichern während sie mit zwischen der zunge entsetzten ohren ihre peinlichen entdeckungen anvertraute man weiß dass klarer nicht ertrug irgendein ding nutzlos und nicht in ihrer obhut verkommen zu lassen einmal musste sie hier lange qualen leiden vor ihren augen stand ein brett mit speiseresten auf einem teller mal die mahlzeit eines armen kranken unberührt stehen geblieben die alte jungfer wurde ihre ganze strategie auf um endlich unbemerkt ein stück fleisch und drei kalte kartoffeln in ihre kleidtasche zu praktizieren fiala hat es bemerkt aber er sah fest und ruhig dreien denn zu einem anderen kampfe sammelte er die kräfte jetzt bis gegen ende november etwa hielt dieser zustand an das fieber sank und stieg wechselnd doch dann kam die doppelseitige lungenentzündung und die des rippenfels wie zwei tiger katzen pranken sie den mann nieder er war verloren die ärzte waren mit diesen patienten fertig und ordneten seine überführung in ein bestimmtes krankenzimmer an frau fiala wurde in die kanzlei des primarios beschieden der professor saß am schreibtisch der erste assistent stand bei ihm unwillig fetzte der klinische macht habe seine unterschriften vor sich hin er brummte zum assistenten die angehörigen die frau von dem fiala herr professor auf nummer drei der primarius beschrieb auf seinem drehstuhl einen halbkreis und nahm die fiala in augenschein ja liebe frau da sei er den unterkiefer der alten in einem demütigen ja kriecherischen entsetzen herunterhängen er ein schöner mann noch immer litt an körperlichen ekel vor altweiber physiognomien und schon hatte er sich weggewendet zu seinen schriftstücken dem assistenten bedeutend reden sie der assistent lächelte dann korrigierte er seine miene zum ausdruck resignieren der unmacht liebe frau sie müssen sich gefasst machen es ist ja alles notwendige und mögliche geschehen und soll weiter geschehen acht höchstens zehn tage wird der arme mann noch leiden müssen seien sie gewiss es wird nichts versäumt werden aber gefasst müssen sie sich machen wie gesagt die alte starte den herrn an noch immer hinge in demütigen kriecherischen entsetzen der unterkiefer herab da sich der assistent nicht zu helfen wusste reichte er die hand guten tag mit einem langgezogenen respektvollen winseln kroch sie zur tür aber draußen schlug ihr jammer empor und wuchs zu einem geheul in jeder spitalsabteilung gibt es ein paar kleinere zimmer mit wenigen betten die für die moribunden bestimmt sind man separiert gerne die sterbenden von den übrigen kranken in ein solches zimmer trugen die werte herrn vier betten standen darin den tod geweihten zur verfügung eines davon war leer im zweiten lag kaum von dem kissen zu unterscheiden ein jüngerer mensch der nicht bei bewusstsein schien aber im nachbarbette dicht neben dem neu angekommenen lag so wollte es gott herr schlesinger der agent hatte recht gehabt die juden rauchen zu viel nun das rauchen wird nicht die schuld allein gehabt haben an seinem verfallenen versagenden herzen dem zersetzenden muskel des lebens an den entarteten gefäßen er hatte sein ende vorausgespürt als der linke arm immer lahmer und schmerzhafter wurde er schon mochten die vielen treppen schuld tragen die zur kunde im vorführen aber gott da müssten viele menschen mit 50 sterben vielleicht was die gierige unruhe die angst die krampfhafte sucht immer in bewegung immer auf wanderschaft zu sein und wäre es nur dass man von einem fuß auf den anderen tritt holst der teufel was immer am krepieren die schuld trägt weder herr fiala noch herr schlesinger waren erstaunt einander hier zu begegnen kaum dass sie einen groß tauschten und dann lagen nebeneinander der versicherer und der versicherte und etwas abseits lag ein dritter alle drei hatten das gefühl in einem schiff oder automobil dahin zu rasen und sie gaben sich eifrig dieser fahrt hin wenn aber ein gesunder in das zimmer tritt und sieht die drei braun gelb verschrumpfenden antlitze und hört diesen dreifachen atem einen atem der voll arbeit ist dann glaubt er plötzlich zu ahnen dass die drei atmenden an etwas nähen ja ihr atem ist der faden ein schwerer fetter faden sie bohren die nadel in einen harten stoff und ziehen den faden durch diesen rasselnden kreischenden stoff so nähen sie an ihrem tode und dieser tode ist ein hemd oder ein sack aus dem gröbsten gemeinsten stoff der unsichtbarkeit gewoben stundenlang nähen sie unermüdlich gleichmäßig nur schlesinger unterbrach hie und da seine arbeit außer der neuen freien presse die ihm täglich gebracht wurde lagen noch drei bücher auf seinem betttisch zwei dieser bücher waren pikante romane aus den beständen einer leihbibliothek das dritte eine große ausgabe der heilischen gedichte in goldschnitt und mit illustrationen wie sie vor jahrzehnten sehr beliebt waren dieser band bildete schlesingers erinnerung an die jugend er hatte einmal neben gebet büchern die bibliothek seiner eltern in dem kleinen böhmischen städtchen vorgestellt nun griff er nach der zeitung nach den büchern aber er konnte nicht lesen und legte alles wieder zurück nur den schweren band voll gedichten dieser länger auf seiner decke ruhen da auf einmal öffnete sich die tür und von einem mächtigen werter geführt erschien auf der schwelle ein ganz kleines weib das uralt sein musste so klein war die greisen dass ihr verschlissene samt pompadour den sie in der hand schleppte fast den boden berührte schlesinger machte eine bewegung er hatte seine mutter erkannt der werte führte die zwerghafte alte behutsam zum bette und rückte ihr den stuhl es verging minuten ohne dass ein wort gesprochen wurde endlich erklang eine dünne fast kindhafte stimme in singendem tonfall mein kind ich sehe nicht wie du aussiehst und wieder eine endlose pause der sohn seinen groß sprach mal was gibt's neues was wird's neues geben mit fragen der antwort erledigt die singende stimme alle fragen nach neuem in der welt so frau schlesinger nestelte aufgeregt an dem pompadour hast du auch gut zu essen mein kind endlich öffnete sich der verschluss und die hilflosen hände in schwarzen halbhandschuhen von zwirn zogen ein päckchen hervor küchern hast du gern gegessen küchern habe ich dir mitgebracht der sohn gab keine antwort lange minuten der stille mein kind du sollst essen ist mein kind doch jetzt kam ein fast jammernder laut vom bett her kann ich denn essen mutter du sollst essen essen ist gesund die kinderstimme halte ein wenig nach dann erhob sich neuerdings das schweigen und nur der atem der sterbenden arbeitete emsig plötzlich aber ergriff schlesinger den gedichtband und gab ihn der mutter in die hand mama siehst du das ist noch aus kralowitz und da geschah etwas unbeschreibliches und grauenhaftes die alte befühlte das buch von allen seiten fing mit sich selbst unverständlich zu reden an klitt auf einmal von ihrem stuhl und während sie erbärmliche verwachsene ja kleiner jetzt erschien als im sitzen begann ihre kinderstimme altklug wie in der schule aufzusagen ich bin die prinzessin ilse und wohne am ilsenstein komm mit mir mein geliebter und lass uns glücklich sein umgebung krankheit sterben alles war ungegenwärtig stolz und erheitert von dem klink klang blickte die mutter drein aber nicht genug damit von dem dritten bette her dort wo der unbekannte fleißig atmete wir hatte jetzt ein scharfes fassungsloses lachen her ein lachen höllischen amüsements das in pfeifende laute und endlich in wehrufe überging die uralte war der meinung dieses lachen fordere noch eine andere strophe von ihr doch nichts mehr fiel ja ein als ein böhmischer kinderrein den sie nun mit ernst auf sagte hoppey kistei kralowitz unser bürschel ist nix nütz sie setzte sich nieder und wieder erhob sich die schweigende pause endlos und es schien schlesingers mutter beteiligte sich nun auch an der atemarbeit der sterbenden männer als der dicke werter sie abholte war es schon recht finster sie aber sagte jetzt mein kind ich sehe dass du sehr schlecht aussiehst die erscheinung war fort die fiebernden glaubten wieder in einem erbarmungslosen blitzfahrzeug über auf donnernde straßen und brücken zu jagen und stich für stich atemzug um atemzug nähten sie weiter am sack ihres unsichtbaren todes noch war das zwielicht nicht aus dem zimmer gewichen als eine stimme wiederum die stille zerstörte schleunige fahrt und arbeit unterbrach diesmal aber war es fialas stimme und sie klang gar nicht fieberisch und benommen sie klang sehr deutlich sehr bei sinn diese stimme rief herrn schlesinger an und oft musste sie ihren ruf wiederholen er der angeredete aufschlag und eine verzerrte fratze hinüber zu vieler wandte zu unrechter zeit hatte die stimme ihn aus dem abgrund geholt indem er nicht die von neuen geburten schwachsinnige greisen sondern seine mutter suchte aber dem landsmann und sterbe genossen war das ganz gleichgültig er sah ihn nicht einmal an sondern formulierte streng und wohl überlegt seine frage wie für ein protokoll dabei lag auf der decke seines bettes kein buch mit gedichten sondern ein abreißkalender und wenn der tod vor vollendung des 65 lebensjahres erfolgt was erhalten die angehörigen dann diese worte waren wahrlich die frucht juristischer überlegung und viele tage lang geschliffen worden in fieber und schmerzen aber herrn schlesinger erfasste als er sie hörte tollwut wie er sie nie bei gesundem leib gekannt hatte wozu er aus schwäche nicht fähig gewesen er fuhr auf er warf die decke ab er kniete im bette die augen quollen hervor und seine zähne schlugen aufeinander vor hass denn dort im nachbarbette lag nicht irgendein herr fiala dort lag solch ein schwächling wie er selbst dort lag sein verpfuschtes leben dort lag der misserfolg dort lag die sticke wohnung der selber nie entronnen war dort lag das elend die fessel die sinnlosigkeit das alltägliche ersticken und trunken von diesem hass von gieriger rachsucht seine worte nicht mehr kennen schrie er auf vollenden sie vollenden sie gefälligst ihr 65 des lebensjahr widrigenfalls erfolgt ein dreck ein dreck wenn sie auch zu rotschild und gott beten ein dreck erfolgt nun aber wälzte sich schlesinger zurück und begann leise zu jammern zu flehen und um hilfe zu rufen der werter kam der arzt kam eine injektion machte dem weinkrampf ein ende nach einer stunde nähte er wieder aber jetzt mit sehr eiligen stichen an seinem unsichtbaren sack doch viel aller nähte nicht noch immer lag der kalender auf seinen knien das vom fieber und von der auflösung grauenvoll gezeichnete altmänner gesicht starte nun schon erhaben auf die glühbirnen oben aber zwischen den braun verschärfte sich deutlich die gewaltige falte ein düsteres willens mal dass an dem gesunden niemand je wahrgenommen hatte das wunder ereignete sich nachdem an fiala schon die sterbe sakramente gespendet waren er hatte sie mit vollem bewusstsein doch mit kühler sachlichkeit entgegen genommen wie eine arznei wenn auch eine himmlische in der nacht darauf schien er in agonie zu verfallen und der verantwortliche arzt gab den auftrag in ruhig sterben zu lassen bis zur nächsten mittagsstunde werde sich der exitus wahrscheinlich vollzogen haben dies geschah in der zweiten dezember woche man ließ fiala ungeschoren und bei der visitation am vormittag widmete der professor dem sterbenden keinen blick mehr nach dem mittagessen endlich ging der werter ins zimmer um nachzusehen ob man den assistenzarzt holen könne damit er den tod konstatiere der mann liebte derartige schere rein nicht und war entschlossen nach vorschrift die leiche so schnell wie möglich sich vom halse zu schaffen tatsächlich trat er auch zehn minuten später ins zimmer des assistenten ein aber er meldete der kranke sei nicht tot sondern säße selbsttätig im bett und habe mit vernehmlicher stimme milch verlangt der arzt war ernsthaft ungehalten über die renitenz des sterbenden es kam natürlich manchmal vor dass man sich in der zeitbemessung irrte aber wohlwollen erzeugte solche unpünktlichkeit der natur keineswegs der assistenz hat rein wie ein hoher staatsbeamter der einer partei gegenüber sich irgendeinen formfehler hat zu schulden kommen lassen und eine ungezwungen ablehnende haltung einnimmt um ja keine betretenheit zu zeigen es war ihm als sei nicht nur die medizin sondern die autorität schlechtweg blamiert er fand den moribunden natürlich nicht im bette sitzend vor das musste der werter geträumt haben aber es war nicht zu leugnen dass eine deutliche stimme um milch bat der assistent stellte sich sogleich auf die neue tatsache ein ein seltener fall zwar war es dass ein mensch in diesem alter so dicht vor der pforte des hardes wieder umkehren wollte aber dafür war es ein fall und an dem fall konnte sich die verletzte autorität schadlos halten der doktor nur nebenbei sei bemerkt dass er am anfang einer großen karriere stand und übers jahr die dozentur erwartete der doktor gab allerhand brummende laute mutigen zuspruchs und der bei erinnerung von sich wie er sie sonst nur bei einer privatpraxis verwandte er stellte fest dass atmung herztätigkeit kräfte zustand wenn auch am äußersten rand des verfalls so doch immerhin vorhanden waren und dass im überfluss die pupillen scharf reagierten die zunge sprach das sensorium also nicht für getrübt zu gelten hatte in dem künftigen dozenten erwachte eine wohlige neugier der wissenschaftliche spieltrieb und während er fast leidenschaftlich allerlei labe kraft anregungs auf peitschungs mittel und deren verwendung aufs papier warf durch blitzten seinen kopf eigenartige gedanken zu diesbezüglichen publikationen der assistent war jung und in seinem gemüt hielt der literarische dem praktischen ehrgeiz noch die vage während der nächsten woche hatte es wirklich den anschein dass durch weise injektionen kräftigungs und ernährungsmethoden das leben des verlorenen zu fristen ja vielleicht zu retten sei da auch die symptome seiner leiden abzuklingen schien die täuschung endete damit dass einige tage vor weihnachten sich eine allgemeine sepsis einstellte vergiftung des blutes verwesung bei schlagenden herzen und jetzt wurde via das organismus ein wirklicher fall und fast eine sensation denn noch immer starb er nicht von tag zu tag wuchs das ärztliche interesse und jeden morgen wurden auf den gängen bulletins verlautbart so als kämpfe nicht her fiala sondern ein held dieser erde mit dem tode einzelheiten sogar wurden mit größter teilnahme angehört und weitergegeben es hieß der kranke wäre sich selbst bei größten schmerzen gegen morphium in den stunden da sein bewusstsein umschleiert sei strebe er immer aus dem bette und mache den eindruck eines suchenden nahrung verweigere er niemals trotzdem sein inneres nur mehr eine wunde ein tobender alter herz unter diese waren tatsachen mischten sich natürlich auch legenden die beim wartepersonal besonderen anklang fanden sie schrieben dem ärmsten herkulische kräfte zu einer krankenschwester habe er mit umklammernden griff der skelett hand fast das gelenk gebrochen sie selbst könnte es jederzeit bestätigen herr votar war der durch so viele jahre mit dem kranken bekannt war musste immer zu den kopf schütteln wenn man es bedenkt ein simandel hat sich immer vor seinen weibern gefürchtet und will nicht sterben indessen lag das brennende und faulende fleisch da unwissend seines ruhms ein museums stück des todeskampfes gerne hätten ihm mitleidige den rest gegeben aber selbst der bewusstlose schlug noch um sich wenn er die nähe einer morphium spritze spürte während des vormittags wollte das zimmer dieses museum stückes nicht leer werden neugierige spitals brüder ärzte kamen und ging professoren sogar führten ihre studenten herbei und suchten den absonderlichen todesprozess zu definieren auch die psychiater ließen sich nicht nehmen einen blick auf jahre zu werfen ob etwas ein fantasierender mund aus dem dunkelsten dunkel der so langsam absterbenden seele nichts brauchbares zutage fördere man erlebte ja hier den tod unter zeitlupe gleichsam damals lehrte an der universität ein alter herr ein skandinavier namens cornelius kaldevin ein sehr beliebter und gesuchter herz spezialist er gab seinen patienten unerklärlichen mut ganz jenseits ihres guten oder schlechten zustands diese mut spendenden kräfte mochten ein seelsorgerisches talent in kaldevin sein denn tatsächlich war er ein in die medizin entsprungener theologe und dieser unterjochte theologe meldete sich im alter die kollegen belächelten die leichte salbung und die frei angefremmelten allgemeinheiten seines vortrages er war ein genialer diagnostiker eine leuchte des fachs ein erfolgreicher forscher ein arzt von reichster erfahrung so dass man ihm gern seine unwissenschaftlichen nebenbemerkungen nachsah auch kaldevin kam mit einigen studenten an das lager fialas und es war eine höhere schönheit in der geste mit der dieser alte arzt seine hand auf die stirn des elenden legte und von der er sich erst wieder löste als er davon ging auch sprach er leise fast flüsternd während es allgemeine gepflogenheit in diesem zimmer war laut zu sprechen da man nicht glaubte hörende ohren vor sich zu haben dies waren die worte kaldevin s soweit sie verständlich wurden denn er flüsterte nicht nur sondern hatte auch eine unklare und stockende sprechweise sehen sie nur meine herren sehen sie nun dieses herz und er lauschte den puls wohl es arbeitet noch etwas arbeitet noch meine freunde das herz des menschen das ist nicht nur nun ja das anatomische herz das funktionelle organ die maschine wie wir gelernt haben angekoppeltes leben unabhängig vom willen und so weiter meine herren da ist etwas in uns was könig des herzens ist herz könig eine gemeine stimme unter den studenten hatte diesen witz gemacht der alte herr schwieg plötzlich ganz eingeschüchtert auch hatte ihn jetzt der blick jenes strebsamen assistenten getroffen das verwirrte ihn und er konnte kein wort mehr sagen der assistent aber fühlte eine unerklärliche wut und zischte in sich hinein trottel zur gleicher zeit traten zwei junge leute aus dem tor in die eiserstraße dr burgstaller war's derselbe der am allerseelen tage fiala ins spital aufgenommen hatte und sein jahrgangskollege dr kapper sie entschlossen sich in ihr stammkaffee hinüber zu gehen kapper trank kleine schlückchen von der milch die er bestellt hatte widerlich die geschichte mit diesem unsterblichen burgstaller war nicht einer meinung mit seinem kollegen andere menschen stürmen auch nicht auf befehl der fakultät kapper fühlte sich missverstanden hörst du ich meine etwas anderes schau einmal echten proletariern beim sterben zu das ist einfach erhebend sie haben keine angst und keine forderung die sache ist abgeschlossen sie sind ergeben zufrieden ruhig alle proletarier sterben einander gleich nur die spießer sterben differenziert die kleinsten selbst jeder spießer hat seine eigene art nicht sterben zu wollen das kommt daher weil er noch etwas anderes zu verlieren fürchtet mit dem leben ein bankkonto ein schwieriges sparkassabuch einen angesehenen namen oder ein wackeliges sofa überhaupt bürger ist wie ein geheimnis besitzt kapper blickte überrascht und triumphierend vor sich hin eine dunkle aber schlagende sentenz war ihm geglückt burgstaller stülpte den zweiten cognac hinunter er mahnte obacht kapper du kommst ins politische fahrwasser und warum sollen wir schon um elf uhr raufen das ist gar nicht politisch dann ist es literarisch und davon verstehe ich nichts zur erklärung muss bemerkt werden dass der junge doktor kapper in radikal schöngeistigen zeitschriften manche stücke seiner feder schon veröffentlicht hatte sehr gedrechselte gedankenprodukte von glänzendem stil burgstaller schaute ihm während er jetzt das wort ergriff gutmütig ins gesicht mein lieber weil du schon von der moral des sterbens sprichst ich wenigstens habe bis nun erfahren dass wirklich ungern nur eine menschengattung stirbt willst du wissen welche ihr juden kapper sein seine milch erfüllte sich nicht in der laune dieses thema aufzunehmen was verstand auch burgstaller davon nicht dass er kapper hätte ausweichen wollen das war nicht seine art er hatte alle seine arbeiten mit seinem wahren vornamen jonas gezeichnet wo doch die leichte abänderung in josef nahe genug lag gleichgültig über ginge also den angriff burgstallers und begann von dem zu erzählen was ihm nachstellte gestern war ich selbst zehn minuten lang bei diesem fiala drin es hat mich interessiert den fall zu beobachten ein kleiner spießer nichts als ein muffiger kleiner spießer aber ein kopf hat er bekommen michel angelo denke ich mir und dass die kleinsten spießer in diesem zustand plastisch werden da fängt er natürlich bewusstlos zu reden an und was er sagt ich war star mein ehrenwort burgstaller trank den dritten cognac es ist vollendet ich kann nicht schwören ob es nicht gelautet hat vollendet oder vollendung oder nach vollendung ach was hundertmal hat er geröchelt es ist vollbracht da haute burgstaller ingrimmig mit der flachen hand auf den tisch altes weib jetzt schweig endlich lass mich aus mit dem schwestern gewäsch und den wärter märchen ruh will ich haben nichts hören will ich heute mehr von dieser grässlichen klinik schau lieber hinaus und wirklich auf der straße strömte das leben hin kein schnee kein schmutz behinderte den verkehr und das leben hatte die gestalt von aber 100 bis zum knie entblößten frauenbein angenommen deren üppig warmer melodie burgstaller mit zitternden lippen nachhing es fiel ihm nicht ein beim sprechen den blick abzuwenden was machst du heute abend ich heute abend wieso burgstaller schaute und schaute durchs fenster mensch bist du verrückt es ist doch silvester heil sieg und rache morgen bin ich nicht die feiertagswurzeln kapper weißt du was kommt mit heute abend aber doktor kapper schlug hochmütig und trist die augen nieder ich kann nicht ich muss arbeiten in diesen tagen floh frau fiala gern die einsamkeit ihrer küche sie besuchte nachbarn sie saß bei der hausbesorgerin sie stand bei der kreislerin und je mehr mitleid sie fand je mehr weinte sie allen erzählte sie von den schrecklichen erlebnissen die ihr tag und nacht begegneten einmal hatte sie sein hut angeschaut als wie mit wilden augen ein andermal war sein rock da gehangen still und leer aber plötzlich verwandelte sich der vorwurfsvolle rock und sie seien ohnmacht gefallen auch war er ihr schon erschienen man sieht noch während der lange und seltsame todeskampf wogte glaubte frau fiala ihren mann schon abgeschieden in gewissen stunden wiederum schaute sie die leute höhnisch an und rief ganz aufgebracht man werde schon sehen dass mannall können noch sehr leicht gesund werden und der ganzen bösen welt einen possen spielen wie aber auch immer die stimmung war sie weinte weinte mechanisch und regelmäßig weniger regelmäßig und mit der zeit immer seltener wurden ihre kranken besuche sie konnte ja nicht helfen der weg war weit sie alt die elektrische teuer speisen zu bringen hatte keinen sinn und vor allem sein anblick erschütterte sie so fürchterlich dass sie selbst vor gram jedes mal krank ward von den drei nächsten was also nur franzl der tag und nacht im spital verbrachte anfangs hatte man ihn fortweisen wollen aber er verstand es sich nützlich zu machen so nahmen denn die werte wenn inspektion kam ihn selbst unter ihren schutz ein glück war es dass fialas gehalt weiter lief und die firma aus eigenem antrieb eine remuneration von drei millionen gesandt hatte die alte verwandte bei ihren unterhaltungen einen teil dieses geldes schon für das begräbnis denn es war klar dass dem ihrigen ein schönes begräbnis dritter klasse gebühren und das trotz ungunst der zeit sein grab kenntlich gemacht werden müsse der geist frau fialas war leider ebenso kurzsichtig wie ihre augen weitsichtig waren und zum lesen nicht taugten jetzt dass sie mit klarer allein lebte dass sie die schwester nicht mehr verteidigen musste jetzt wuchs die angst vor ihr namen los und auch ein hilfloser hass denn das spürte sie doch dass sie der bösen nun ohne schutz für immer verfallen war sie hatte klarer bisher nicht eingeweiht aber so schwer zu entziffern war die schreibmaschinenschrift so schwer zu verstehen die klausel reiche sprache der tutelia stundenlang saß sie in der küche und buchstabierte doch wie sehr sie auch die brille rückte und an der schürze putzte sinnlos wollte der schriftsatz vor ihren augen klarer war jünger hatte bessere augen und einen besseren kopf hat ja immer gut gelernt und gerechnet die kluge aber gerade diese klugheit war die gefahr frau fiala kämpfte noch eine weile um ihre selbstständigkeit doch von tag zu tag unwiderstehlicher ward klar das übermacht wenn sie heim kam ihren beute pack in die ecke schleuderte wie ein teufel um die küche fuhr wild in die töpfe guckte diebstahl und koffereinbrüche feststellte und schallenden skandal auf den gang trug eines abends konnte frau fiala unsicherheit und geheimnis nicht länger ertragen und sie zeigte der schwester die police klarer ging vor die wohnungstür und hielt das papier und das stiegen licht schief fast beim ohr saß der knoten ihres schmutzigen kopftuches ihre augen blinzelten die nase schnaubte und im offenen munde zeigte sich eine begehrliche zunge sie las das dokument zweimal und dreimal dann steckte sie es ein gleich gehe ich damit zu meinem herrn doktor frau fiala wurde misstrauisch was willst du klarinke klarinke aber lachte auf und machte empörte anstalten ihrer schwester das papier ins gesicht zu werfen da glaubst du ich will deinen schmutz behalten kriegst ja eh nichts dafür marie fialas stimme begann demütig zu zittern was sagst du warum kriege ich nichts klar aber verbargten gehässigen triumph nicht weil es da steht wenn der karl vor dem fünften jänner stirbt kriegst du nichts eine tiefe kränkung wandelte klarer an als sie den kontrakt wieder zu sich steckte nur weil ich brav bin nur weil ich eine gute bin gehe ich zu meinem herrn doktor frau fiala kehrte in ihre küche zurück sie setzte sich auf die kiste dort wo immer franze sitzt und versuchte einen gedanken den gedanken zu fassen nach einer halben stunde etwa dämmerte essen ihre grauen seele wie ein elektrischer strom ging ein schreck ihr durch den körper so stark dass sie metall auf der zunge schmeckte es war der erste und einzige schreck vor gott den sie in ihrem leben empfand etwas ungeheures ging vor man konnte es gar nicht erdenken ihr mann der schon längst tot war starb nicht wegen der versicherung erzwang er das leben ihretwegen die ihn längst aufgegeben und vertan hatte sie taumelte auf kleine sinnlose schreie stieß sie aus und wie sie war ohne umhang lief sie in den winter hausbesorger und kreislerin starten ihr nach fiale aber steht fest und eisern da im tor in seinem wappentor für keinen steht er als für sich allein das tor ist breit und hoch er füllt es aus gewaltig warm umwuchtet ihn der pelz sein dreispitz stößt oben an den bogen der stab in seiner hand hat große kraft hier hat er auszuhören er den befehl gegeben weiß er nicht mehr aber befehl ist befehl und was nicht vollendet ist hat zu erfolgen es ist herrlich unter befehl zu stehen es ist herrlich einen auftrag zu haben in küchen bei den weibern wird man alt fiale ist nicht alt nicht müde frisch und lustig ist er wie ein junger bär um fünf wird er abgelöst werden mit dem schlage der uhr kommt die ablösung die uhr auf dem kirchturm flammt und wie beim lottospiel springen die schwarzen und roten nummern der stunden heraus schnell hintereinander ungeduldig springen sie heraus 12 und 17 8 und 126 tausende stunden verkündet so eine uhr nur die fünfte stunde nicht fiala kennt begeistert seine pflicht hüter sein und sich nicht fortlocken lassen von niemand hüter sein und niemanden den eintritt gewähren so lautet der befehl weiß der himmel was sie oben im sitzungssaal beraten den herrn oberoffizial hat er schon abfahren lassen kommt daher pech treten sie zur seite fiala das ist mein platz ich muss doch ins amt haben sie einen passierschein ich gehöre ja zum amt das geht mich gar nichts an befehl ist befehl und immer wieder kommt pech manchmal allein manchmal mit einem kleinen jungen den er durchs tor schwindeln will aber fiala ist auf seinen posten pech zieht einen gulden aus der tasche einen runden silber gulden fiala kennt keine bestechung nur das seine das seine will er haben die gebühr und basta aus der uhr springen die stunden schwarz und rot wie schwimmer erscheinen sie oben auf dem trampolin sich in den fluss zu stürzen und die straße fließt hin mit ihrem leben das er kennt von anfang her scheu blicken die schulkinder die vorüberziehenden auf zu seiner macht aber er bewegt keine mine sie sind für ihn nicht da die fratzen sie wollen seine aufmerksamkeit erregen sie klappern mit ihren schlittschuhen sie stoßen kleine bälle vor sich her mögen sie nur den mädchen schenkt er keine beachtung die dicht und innig an ihm vorbeistreichen ihn anflüstern das kennt er schon das kitzelt und bedrängt ihn nicht alles zu seiner zeit schwer wird es nur schwer wenn das regiment vorbeizieht k&k infanterie regiment nummer zwei graue aufschläge bataillon alt der herr oberst war da selbst hebt im sattel sich spreizend den gezogenen säbel zum kommando tannenreißig trägt er auf der kappe alle doppelreihen strotzen von tannenreißig dann geld der ruft die straße entlang zugführer fiala aber für alle ruft nicht hier er weiß nicht melden darf er sich und immer weiter halt der schrei zugführer fiala die regiments musik formiert sich sie spielen den haus marsch sie spielen oder mein österreich fiala erkennt das maultier welches die große trommel zieht die musik setzt sich in bewegung die burschen schwenken und schlenkern die instrumente im takt und die glieder der kompanien schwenken und schlenkern im marschtritt sonnen überglänzt mit schnellen krach ziehen sie dahin zur schießstätte zum manöver vielleicht auch nur zu einer lustbarkeit seine freunde hat er wohl erkannt diesmal darf er mit ihnen nichts ausfressen nicht karten spielen nicht zum tanz gehen nicht beim bier die nacht durch schwärmen er muss stehen und stehen in seinem tor weit sind sie schon dahin und nur der wachsende schnellen takt er pocht in seinem leib und blut aber oft auch ist es nacht immer wieder ist es nacht und dann springen die stunden rot und schwarz nicht mehr aus der kirchturm uhr wie die krampusse der kirchturm steht nicht da aber vor allen toren die ganze straße entlang sind aschenbutten aufgestellt asche ist hingestreut überall fiala hält wacht schwer entsetzlich angstvoll lastet der befehl auf seinem herzen er steht im dicken pelz wie in einem fass ohne boden das ihn aufrecht hält die goldenen worten sind erloschen hut fell gewand bedecken und hüllen ihn ein wie gram franzl kommt und schleppt eine markt tasche franzl ist ein kleines hohlwangiges kind ein krüppel und er ist sein vater deshalb auch muss er für den armen krüppel etwas furchtbares tun er muss zu jeder zeit den tee austrinken den ihm der bub in der schwarzen markt tasche bringt aber das ist kein heißer tee es ist ein siedender tee nein nein es ist bläuliches feuer ungesüßtes feuer dass er nicht in einem zug sondern schluck für schluck hinab schlingt und die spiritus flämmchen beginnen an den innenwänden seines leibes zu lecken zu fressen doch die außenwände die haut bleibt eiskalt könnte er die augen jetzt schließen würde er von nichts mehr wissen aber er soll ja wissen weiter wissen solange die ablösung nicht da ist war er nicht wacht posten oft genug beim elfer regiment und jetzt ist es ihm als seine strafe über ihn verhängt wegen schlechten dienstes schlechten lebens tor arrest muss er abbüßen wer hat nur den befehl gegeben doch auch das denken ist ja verboten denn wer denkt schläft ein wieder steht pech neben ihm ich verstehe sie nicht viel strecken sie sich doch einfach aus sogleich ist alles gut das ganze ist ja so leicht für ihn ist das gar nicht leicht nicht mit der mine darf er zucken zu solchen unordentlichkeiten und aufwiegelungen da schon lieber hinausschauen auf die aschgraue straße beklemmendes zieht dahin er sieht den dekanten cabrel den priester seiner heimat er ist dick und hinkt cabrel trägt wie beim heiligen umgang den leib des herrn im silbernen strahlenschrein zwei kapläne gehen ihm zur seite voran aber wandelt der lehrer subak eine kirchenfahne hoch in der hand und hinterher ein paar fromme sie tragen bauerntracht fiala schaut willentlich zur seite den anblick dieser gestalten mit ihren großen hüten und silbernen knöpfen fürchtet er als stünden diese alten bauern in väterlich drohender beziehung zu ihm und seiner strafe aber im zuge gehen auch fromme tiere hintendrein die schwarzen ochsen und kühe des verwalters die fiala genau kennt nun wendet sich der dekant gegen das tor kniet befiehlt er und die prozession kniet nieder auf offener straße auch die ochsen und kühe knien andächtig da hebt hoch würden cabrel das heiligtum gegen den ungehorsamen firmling und seine stimme zittert kniet alle aber fiala so gern er es täte er darf nicht knien er weiß noch muss er folgen was nicht vollendet ist ach eine große sünde hat er damit begangen dass er nicht mit den anderen auf die knie gesunken ist dafür auch wird er von den frechen tieren gestraft die ärgsten sind die gänse die aus dem dorfteich plötzlich zu hunderten heranwatscheln seine füße umdrängen und in je zornig anschnattern er weiß wie gefährlich diese gereizten bestien sind vielleicht würde er davonlaufen wenn er die beine bewegen könnte aber dann fängt die straße an zu rauschen und ist das flüßlein seiner heimat er erkennt genau die büsche die angelplätze die badeplätze die krebs plätze aber warum ist jetzt das andere ufer so weit das wundert ihn nicht soll denn die donau am brater spitz schmäler sein es ist schön dass ihre kleinen wellen an sein tor drängen doch der strom meint es nicht gut mit ihm die fischpest ist ausgebrochen tausende von hechten karpfen und noch größeren fischen schwimmen auf dem wasser mit schuppenlosen scheußlichen bäuchen der geruch des ases durchdringt die welt bis zu den wolken da beginnt der geprüfte zu gott zu beten lieber gott ich stehe hier weil es befohlen ist nicht weil ich für mich etwas will stehe ich hier nicht um lohn ich habe mir von kind auf doch ein kleines haus gewünscht aber sonnenblumen müssen im garten sein das haus wirst du mir nicht schenken keine freude werde ich gehabt haben aber warum muss ich so viel erdulden ich der fiala und kein anderer fiala weiß es längst das innige gebete im richtigen augenblick immer helfen er hat gut getan zu beten denn jetzt fällt der nebel ein guter herbst nebel liegt über nackten warmen äckern so dicht dass man die kartoffel feuer nicht sehen sondern nur riechen kann und der gute nebel trinkt auch in das schicksalstor und das beruhigt des torhüters seele denn nichts mehr sieht er ringsum groß und einsam darf er nun mitten in gottes unsichtbarer welt stehen und ausharren sein stab mit der kugel an der spitze stützt ihn sein starrer pelz hält ihn aufrecht nichts mehr muss er folgen wenn er noch ein lied kennt ein altes böhmisches lied er würde es singen denn wohlig ist es zu stehen im nebel und erdrauch süß ist das stehen zu liegen im raum das schläfert ihn da schließt er die augen aber nicht so ist es gewollt man ruft ihn an fiala glaubt er zu hören aber es gilt tutelia der schreck eines ertappten verbrechers durch sich stehen zu befehl und er reißt die augen auf die kirchturm uhr ist fort das kreisrunde loch lässt eine scheibe roten himmels sehen von allen seiten trompeten signale die manöver werden abgeblasen mit den letzten rufen des zapfen streichs und ein wildes getrappel kommt näher erkennt das lustig majestätische getrappel die festliche fahrt die von schönbrunn her die mariahilfer straße herab braust voran die berittene polizei dann die leibgarten und zwischen ihnen der schimmel bespannte hofwagen mit goldenen rädern und laternen die volkshymne schmettert durch fahnen berauschte lüfte ein grüner federbusch schwankt leutselig fern fialer weiß dass die ablösung näher donnert jetzt heißt es sich zusammenreißen im richtigen augenblick vortreten und dem erstbesten vorgesetzten entgegenschreien melde gehorsamst ableben erfolgt man wird ihm seinen ort anweisen im goldenen zug der durch die straßen fliegt höchste zeit ist es schon der nebel hat sich verwandelt im hausflur herrscht er als dicker rauch von glut und flammen durch flochten aber wer vertritt jetzt den weg die straße hat frei zu sein hier wird kein spalier geduldet zwischen ihm und dem herannahenden dem herrlichen muss offene bahn sein doch die menge um tanzt ihn sie will den erlösten zurück ins qualmende tor stoßen wohin er nicht mehr gehört und jetzt sieht er die menge da kocht sein ganzes leben auf in zorn und verzweiflung 100 marys und 500 klaras drängeln ihn in sein gefängnis zurück da er doch ausgeharrt und längst gesiegt hat alle marys tragen kränze in der hand und weinen alle klaras schwingen tückische besen gegen sein gesicht sie versuchen heimlich seine hände mit vorkriegsspagat zu fesseln die hexen sind schuld immer haben sie ihn eingesperrt jetzt wo die ablösung näher und näher trönt auch jetzt wollen sie flennend und fluchend ihm den weg verstellen aber gott sei dank sein arm ist wieder stark und die kugel seines stabes blitzt zusammengesunken auf dem stuhl sitzt frau fiala und start auf das grauen des todes der nicht kommen will mit gewalt muss man die schreiende in den letzten tagen wenn der abend kam aus dem zimmer zern jetzt ist fiala längst kein fall mehr auch diese sensation hat sich abgebraucht ein herzmuskel ist stärker der andere schwächer und ross naturen sind selten aber noch lange kein wunder das weib stadt regungslos auf den hügel verwesung dort unter der decke der mit jagendem atem in seiner eigenen jauche liegt ohne dass ihn jemand reinigt auf dem kissen aber ruht das gelbe haupt die riesen stirn eines kirchenvaters die frau kennt dieses fremde haupt nicht mehr manchmal zuckt der dulder zusammen und versucht bewegungen zu machen die hände wollen und das kissen fahren und die beine rühren sich unter dem tuch klarer ist eingetreten und beginnt der versteinerten schwester eine standpredigt zu halten sie solle jetzt endlich nach hause gehen das sitzen und schauen bringe nichts alle drei minuten erscheint franzel in der tür seine augen starren vorwärts als müsse er mit sich kämpfen den vater anzuschauen plötzlich im verlauf ihrer rede erhebt klarer nach gewohnte art scharf ihre stimme da ist es als ob das wesen das den namen fiala trägt erwachen würde aufgerissene augen stieren die weiber an und es sind fremde augen nicht mehr der körper bäumt sich im bette und je mit einem ruck und möglicher kraft fahren grau behaarte stöcke unter der decke hervor und versuchen heldenhaft boden zu fassen und jetzt einen kehligen siegeslaut ausstoßend steht hoch aufgerichtet ein wüster riese da der die spinnenarme hebt wie zum schlag ein stampfen der schritt gelingt noch dann stürzt die gestalt in sich zusammen ein knochenhaufen hier endet der bericht vom sterben des kleinbürgers karl fiala zwei tage über sein ziel war er hinaus gerannt wie ein guter läufer denn man schrieb den siebenten januar schon unverzüglich schafften die werte nach flüchtiger todesfeststellung die leiche an den ort wo sie gehörte gleich einem unrat der allzu lange im wege gelegen war als die witwe das fremde gesicht nicht mehr sah konnte sie zu ihrem glück wieder weinen das sterbebett stand nun klarer die so oft bemerkt hatte dass die hand des gequälten etwas unterm kissen suche und die wenn sie ein traum nicht täuschte einmal ein goldstück hervorblinken sah sie trat nun tränen hinauf schnaubend wie unversehens an die lagerstadt laut klagend und mit schmerz zuckenden fingern begann sie das verödete kissen zu streicheln da fühlte sie plötzlich die suchenden gelenke ehrenum krallt sie keifte auf du verdammter bub ich will dir nichts nehmen marinka gib achtung franzl hob stumm das kissen auf und steckte die beiden wertlosen gegenstände in seine tasche es war ein leerer kalenderblock und die schmutzige borte irgendeiner verschollenen uniform das ist das ende des hörbuchs mir hat es richtig viel spaß gemacht ich hoffe ihr hattet auch viel vergnügen und konnte das hörbuch genießen wenn dem so ist dann hinterlasst mir bitte einen like unterstützt meinen kanal indem er ihn abonniert und schaut doch auch mal nach den anderen büchern die ich hier schon hochgeladen habe vielleicht ist da noch etwas spannendes für euch dabei bis bald